Hallo an alle, die auch dieses Mal wieder eingeschaltet haben. Wir sind hier zurück bei Let's Adventure Minecraft in Diversity 2. Wir haben die Map hier jetzt schon, ja, wir haben über die Hälfte aller Herausforderungen jetzt geschafft. Also sollte es ab jetzt nur noch ein bisschen schneller gehen. Ich habe beschlossen, dass ich heute oder in den nächsten Parts Adventure machen werde. Also, ja, machen wir erstmal und spielen wir Adventure. Oh, was haben wir denn hier? Haneke ist der Introduction Original. I've been searching for a housekeeper job for ages now and I think I finally struck it. A man named Professor H. Orange called the other day with an author. This is his house. He didn't give me many details, so I'm hoping he's around. It's an interesting place. The towers are rather tall, but that's no problem for me. Hotel work was made, uh, has made me quick, quite quick at climbing stairs. Now that I'm thinking about it, Professor Orange said nothing about the key. There has to be someone out, someone, there has to be one somewhere. Okay, scheint wohl so, als ob wir hier jetzt, ähm, bei Adventure wohl so eine Art, ja, Hausmeister hier sind. Oder zumindest eine Putzkraft. Und, ja, dann müssen wir jetzt wohl einen Weg, äh, finden, da reinzukommen. Darf ich die Rettronfacke abbauen? Nein. Ich darf hier gar gar nichts abbauen, okay. Wir müssen hier jetzt nicht einen Weg finden, hier oben. Hm, that's quite odd. Front door is unlocked. So, da haben wir, äh, Foyer. Oh shit, hier. Looks like Professor Orange isn't here to greet me. I'd best look around. I wonder if there's anything important in those drawers' drawers. Ich hab hier ein paar worthless, äh, flats. Ähm, hier ist nichts. Dann gucken wir hier mal in die Schränke. Ein Hang. Achso, hier, ähm. Ja. Oh, ein paar kleine Bügel. Oh, hier, ein Buch. Eine Gasträne und eine leere Flasche. Hier noch irgendwas drin. Wow. Das ist so ziemlich nichts, was ich hier gebrauchen kann. Ja, was hat der Professor denn für mich hier geschrieben? This mansion. It was built by a certain Gordon LeBruer. But that's one, but that's of no major importance. Apparently, äh, it was his vacation home. I got this place dirt cheap after his death. Uh, really, it's an odd location for a vacation home. This man must have loved his remote dark forest. I like it, though. It's a perfect place to perform my experiments. The layout of this place is nuts, and, äh, but adding doors isn't much of a problem. Well, to work with me. So, dann kann ich wohl hier jetzt davon ausgehen, dass der Professor, ähm, arbeiten ist. Und, äh, ich wundere mich, was hier alles so noch hier so rumliegt. Boring. So, oh, ein Puder. Ähm, was war es nochmal? Äh, okay, ja, ich könnte vielleicht mal wieder zu einem normalen Texture-Pack herum, äh, zurückwechseln. Das wäre auch nicht so schlecht. Und, äh, steht hier, a suit-tab-case tag. Achso, so ein kleines Schildchen für, so, Koffer. Okay, four towers. Das lese ich mir gleich mal durch. Ich habe noch eine Taschenuhr gefunden. Ähm, ja, gucken wir aber mal. Ich habe sehr viele Strings. Auch das sind die Books und Climbing-Ropes. Wow. Also, hier scheint wohl recht viel durcheinander zu sein. Hm, achso, das Zucker. Ah ja, Mystery Powder ist Zucker. Four towers. Actually, at a second glance, the layout of this place isn't too bad. The four towers are perfect for what I have planned. Each one has its own problem, though. The first tower is completely overgrown. It's a maze to get to the top. The walkways of the second tower have undergone decay. The wiring in the third tower is all whacked out. Each time I wish to go up, I have to reroute everything. And the fourth tower is the worst. The spiral staircase up is one of the strangest things I've ever seen. Well, I just have to live with it. They don't, heck, call me a genius for no reason. Okay. So, I always don't know what we have to do here. We have to do here. We probably just have to move the whole thing here. Ähm, yeah, right here. The door is locked. I guess I'll have to open it from the other side. Then, where here? What have we here? Quite an odd hole in the wall, if you ask me. I wonder what's back there. Hm, yeah. Jetzt gucken wir mal, was hier so ist. Hier haben wir... Ähm... Greenhouse. Also, hier... Wächst wohl alles. Da haben wir einige Karotten oder so, denke ich. Jetzt haben wir hier Second Tower. Also, ich denke mal, dass wir von dem, was ich bisher jetzt gehört habe, ähm... die in die Türme ganz hoch muss. Aber ich bin auch noch bereit für andere Überraschungen. Also, ja, gucke ich mir jetzt nochmal an. Second Tower. Well, das ist nicht was ich erwartet. A long ladder system to the top of the tower and the pool at the very bottom. What's next? A Hedge Maze? Oh, wait. I was just in one. My memory is fading fast as I age. Well, I'm determined to finish this experiment before I forget about it. Ha! Take that, forgetfulness. I have been out with it. Okay. Also, ja. Ich denke mal, dass ich hier, ähm... da hochgehen werde. Hier in, äh... Second Tower. Ich gucke mal, was hier oben ist. Der scheint eigentlich noch recht gut intakt zu sein. Der Second Tower. Über schönen Leitern sieht eigentlich noch alles recht aufgeräumt aus. Aufgeräumt aus. Ähm... Ähm... Ja, ich mache mir das Leben mal ein bisschen einfacher. So. Gehen wir mal hier hoch. Äh... Müß ich mich wohl hier rumhangeln? Was ist denn hier? So, hier haben wir einen schönen Blick nach draußen. Hm. Naja, ich sehe gerade hier nicht... Ich sehe hier gerade nicht, was ich machen soll. Also springe ich mal wieder runter. Und besuche vielleicht mal die Küche. This is a nice kitchen. Maybe I should cook some food. I'm getting hungry. Ja, essen. Ähm, oh, hier essen. Cool. Lachs, fish on steak. Ja, nehm ich gerne. Und ich sollte hier vielleicht mal das Ganze ein bisschen auffreumen. Introduction. Ja, das lege ich erstmal weg. Ich lege die Bücher mal ein bisschen weg. So, dass ich hier, ähm... den besten Ordnung reinkriege. Oh, ja, dann noch hier die Uhr. Hier noch einige Items. Und joa. Was haben wir hier? What is this place? Those mirrors look important. Welche Spiegel? Oh. Ja, ähm. Okay. Was haben wir denn hier? Ah, hier war dieses Loch dann. Was ich vorhin gesehen hab. Äh, was steht denn hier? Fire. Was? Fire. Ähm. Oh, da... Ah, das ist ein Spiegel. Okay. Das ist hier also Spiegel. Muss dann... Denke ich... Irgendwie anders hinbekommen. Aber wie? Wie? Wie krieg ich das denn mal anders hinbekommen? Ah, hier haben wir jetzt eine schöne Tür. Hm, ich wandere hier grad noch ein bisschen ratlos herum. Da ich nicht genau weiß, was ich machen soll. Hier scheint... Hier scheint es wohl irgendwas mit einem Strahl zu sein. Ähm... Aber ich bin mir auch noch nicht sicher, was ich hier besonders machen soll. Oder wie ich die Spiegel umstelle. Ähm, nein, so mach ich das nicht. So auch nicht. Hm. Ich glaub, ich geh mal weiter. Ah, hier haben wir eine Tür, die jemand befinden kann. Wollen wir mal, wo wäre nicht? Ah, noch ein Buch. Also ohne Anweisung bin ich hier grad ein bisschen, naja, nicht ratlos schonen, ja. Allgemein. Ja. Ah, so, ja. Hm, ja, den Infekt häng ich schon. Dang, these doors. Sometimes they just won't open. They are not locked, but blocked. Not locked, not nothing. They are making me lose my temper. At some point, I'm going to have to remodel this place. The paintings are creepy and quite frankly, and pretty boring too. I think scouts and spiders are great for art, but not so great that every painting has to happen. The furniture is claustrophobic. Yeah, so, especially in the hallways, drawers are filled with junk, how the twigs and coat hangers get scattered around the house in the first place. I could rant on for days, but I don't have days, nor I do have enough paper to write all my complaints on. You know what would I say? The brain is the unlimited sketchpad. Yeah, yeah. Ja, genau. So. Aber ich bin hier gerade noch beschäftigt. Ich weiß nämlich nicht, wo ich hin muss. Hier haben wir den Laser Room. Ja. Hm. Und was mache ich denn hier? Man sieht ja hier die Treppen. Scheint das Ganze hier ein bisschen, ja, zu beeinflussen. Na, dann gehen wir mal weiter, denke ich. Ich denke zumindest, dass es hier weiter geht. Also hier liegt sehr, sehr viel Müll herum. Meine Güte. Master Bedroom. Okay, dann kann ich nicht weiter. Na, lass mal hier weiter gehen. Theater. Das sieht ja. Cooking with Julia Milk. Wer ist Julia Milk? Oh, noch ein Buch. Ich kriege noch mehr zu lesen. So. Fortune. Look at this place. So extravagant. Vagant. Kanon. The man who built this house must have been wealthy. Quite wealthy indeed. The man's family must be lucky. Apparently his son got just all, about all of the fortune. Think of what I could do with that kind of money. I could have my own worker crew, a larger house, an advertisement on the shaft broadcast, a private airplane. But no, I work alone on one of the greatest projects of mankind. Really though, a private theater is nothing to shake a stick in it. I'll take it. Okay. Okay. Machen wir nach dem. So. Ja. Ich bin da auch zu faul, gerade das Ganze irgendwie zusammenzufügen. Oder irgendwie zu übersetzen. Haha. Ich bin ja nämlich gerade immer noch am Rätseln, was ich hier genau machen soll. Ich glaube nämlich, dass jetzt... Oh. Okay. Jetzt im Moment glaube ich nämlich, dass ich einfach nur den Professor finden soll. Das ist glaube ich das Wichtigste. Ah, hier sind wir im Master's Bedroom. Oh, Mirror Switch. Ah, haha. Hier, das könnte ich glaube ich gebrauchen. Und es ist doch Nacht, oder? Ja, komm, lass mich schlafen, lass mich schlafen, lass mich schlafen. Und es ist Nacht. Ja, ähm... Hat mir auch nicht so viel gebracht. Aber ich habe jetzt einen Mirror Switch gefunden. Ich denke, dass ich weiß, was ich damit machen soll. So, aber ich klicke hier nämlich nochmal durch und sammle alles ein. Oh, nö, nicht das. Das ist die Buchs überall. Okay, dann Private Library. Mann, hier sind sehr, sehr viele Bücher. Und die meisten sage ich nur darüber, wie sich der Professor über das Ganze beschwert. I take my last claim back. This is quite a nice Bedroom. A Private Library. I've always wanted a Private Library. I mean, the books on the shelves are horrible. Could the man not tell good from bad, uh... Literature? At least, there are shelves. I can fill them with my own collection. Infinity Dungeon. The Puzzle Cube and the Iron Rose are my new favorites to read. I brought some old classics as well. Books aside, my experiment is almost complete. I just have to line up all of the mirrors and hit the right spots with the lasers. When the orange Dimension is revealed. I love it when plants come together flawlessly. Oh. Oh. Da scheint es hier wohl jetzt, ähm... Eine neue Perspektive... Sich aufzutun. Oh. Ist das eine Uhr? Die im Hintergrund mitläuft. Mirror Switch. Ah. Jetzt verstehe ich das. Hm. War echt cool. Ja, so. Das war jetzt, glaube ich, auch das Letzte, was ich in dem Party noch machen werde. Wir haben... Ich weiß jetzt ungefähr, was ich machen muss. Ich muss in dem Raum da wohl, ähm, das Ganze jetzt, die ganzen Spiegel umdrehen. Irgendwie irgendwas aktivieren. Und, ja. Damit, äh... Und ich muss anscheinend noch andere Mirror Switches finden. Das alles kommt dann in den nächsten Parts. Und dann hoffe ich, dass ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wie bei diesem Part. Dann bis zum nächsten Mal. Hau da rein. Macht's gut. Und tschau. Outro